Was war das? Kennt ich mit Kanada. Kanada, ja. Kanada. Das Kammerbau. Eve? Kyle? Bist du okay, Arja? Kyle? Mein Gott! Bist du verletzt? Ich nicht, aber Eve ist hinuntergefallen. Was? Was? Holt sie da raus. Dieses Monster ist ebenfalls da unten. Verstanden. Geh. Geh einfach da runter. Ich will nicht. Schnell. Ich will nicht. Du klingst so seltsam. Bist du wirklich okay? Meine Unterhose ist verdammt. Wenn du willst, zeige ich dir mein bestes Stück. Oh Gott, ist das ein Widerling. Oh nee, ey. Idiot. Was für ein Arschloch, ey. Was ist denn wirklich mit ihm? Oh. Okay, ich glaube, er hat ein Bein verloren. Oh, ha. Ja, ich bin ein Idiot. Wegen einer Frau. So ein Risiko reinzugehen. Ich will nicht. Oh, ha. Es ist Bossgegnerzeit. Yves. Au. Die Schusswunde. Ich will nicht. Wir müssen nach unten. So, bevor wir nach unten gehen, würde ich sagen, ich speichere euch einmal. Ich muss Yves retten. Ich möchte aber speichern. Kann ich unten nochmal speichern? Ich hoffe. So, dann haben wir den Lift nach unten. So, ähm. Was hat er zugeschrieben? Oh, no worries. I lost dreamers in other language. I lost dreams in other language. I just wish I had kept on it. Yeah, ähm. Yeah, if you are not, ähm. If you are not taking the time to learn a language, then it's really, really hard to... Äh. Ah. Na, weg da. Ach, nö. Jetzt bin ich gut auf den Kehrdorn. Ah. Ah. Nein, jetzt hat sie wieder keinen Strom mehr. Warum? Wieso? Oh, ey. Und ich wollte gerade noch speichern. Dieses vermaledeite Fickspiel. Entschuldigung. Oh. Eigentlich muss ich mir jetzt diese ganzen Cutscenes nochmal alles skippen, ne? Oh, dieses Spiel ist so ein elendiger Bastard. Ey, Dark Souls ist echt ein Scheiß direkt dagegen. Oh, Mann. Pfff. 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 Ach, ich will ihn nicht. So, jetzt vor allen Dingen müsste... Pfff. 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 Muss ich das Geblubber jetzt skippen? Und das... Man kann es ja gar nicht skippen. Oder kann man skippen? Ich hoffe. Ah, doch, kann man. So ein Quark. Bla, 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 bla. Gut, okay. Dadurch, dass ich skippen kann, ist es jetzt nicht so weit gewesen. Dann ist ja alles gut. Okay, dann habe ich nichts gesagt. Dann haben wir jetzt sage und schreibe 10 Sekunden verloren oder so. Das geht ja. Ach so, ich wollte ja heilen, ne? So. Warte, 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 warte. Lass los. Elendiger Drecksack. Unsichtbarer. Nee! Ach, na toll. Ich wollte doch nachladen. Geh doch weiter, Frau. Aber sie hat schon wieder keinen Strom mehr. Und ich keine MP. Warte mal. Darf ich nicht noch eine Heilung? Ja. Oh, das ist so schrecklich. Lass doch los, Mann. Elendiger Drecksack. Blöder. Nein! Die hat schon wieder keinen Strom. Ich kriege gerade ein zu viel mit dem Typen. Lass mich. Widerling. Ich krabbsch keine Frauen von hinten an. Nein! 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 Nein, 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 nein. Ich bin nicht dazu gekommen, zu heilen. Dieser... Ah! Ah! Dieser Drecksack. Boah. Ey, so ein kleiner Gegner kann einen so tierisch auf die Eier gehen, ne? Boah. Boah. Lege gerade eine andere Waffe zu nehmen Das bringt nicht viel Mit dem Ding mache ich so viel Schaden Ich probiere mal die andere Munition aus Mal gucken, was die bringt Das Lustige ist halt eben Dass das Video, was ich geguckt habe Der hat so überhaupt keine Probleme mit diesem Spiel gehabt So, gar nicht Okay, der wusste wahrscheinlich auch, was er macht Aber Trotzdem, ey Man kann doch gar nicht so viel anders machen, oder? Außer, dass man vielleicht alle Gegner umbringt Ich weiß es nicht Hä? Hm Ich weiß es nicht, du Hey Na gut Komm Ich möchte skippen Ich sage nicht, dass er sich aufgegangen ist Nein, hat er nicht Okay So, hätte ja sein können Ich habe jetzt schon wieder HP verloren Warum habe ich HP verloren? Das ist nicht nett Hä? Wo sind denn meine Medizin? Was ist eigentlich hier? So, was muss man wieder voll machen? Ich meine, klar Macht ja irgendwo Sinn Ich meine Sie wurde angeschossen Und bla Aber trotzdem Ist ja kacke, ey Wenn du da keine Wenn du da jetzt Echt so am rumkrebsen bist Wie ich gerade Dann hast du echt Ein Problem dann Nein, 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 nein Du lässt mich mal schön los Du Lutscher Elendiger Strumpfhosen-Heini Och Dass der mich da immer so stunnen kann Das ist so kacke Ach komm schon Ey, wie viel HP zieht denn der ab? Ist er jetzt tot? Immer noch nicht Jetzt aber Oh Gott, ey Mieser Drecksack Dafür haben wir 2500 Bonuspunkte bekommen Und eine Ringerlösung Wenigstens etwas Oh Mann, ey Elendiger Fiesling Muss ich retten Ja, dann geht doch rein Man kann echt an der Stelle Nicht nur mal speichern Man darf es nicht Wow Okay, pass auf Ich benutze jetzt einfach wieder den Emulator zum Speichern Ähm, den aufhalten So Okay, gehen wir rein Die Tür geht doch bestimmt nicht mehr auf So wie die da hängen So Dreiviertel 9 M Da oben hängt sie Eve Eve Oh Gott Klump Klump Mann Was bist du hässlich Wow 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 Bist du hässlich Äh Soll ich auf ihn schießen Ich probiere einfach mal Nein Nicht Gas Kein Gas Gas ist Kacke Boah Hat er mir jetzt Ernsthaft Gerade 50 HP abgezogen Aua Wie weit hat er mich jetzt gepfeffert Nein, 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 nein Hören sie auf damit Äh, warte mal Ich hab doch hier Kombastischen Das trifft nicht mal Oh Kacke Ich hab mich echt aufgeschmissen Boah du Mieser Hund Hilfe Können mich nicht heilen Und ich hab nichts dabei Was ist denn das jetzt für ne Scheiße Ja gut Dann war's das gleich Hehehe Gut, tot Ach ne, doch noch nicht Kann ich dir nicht noch irgendwas vor den Pelz klatschen Antibody Ich weiß nicht mehr genau, was das macht Energy Shot Okay Ah Nicht Ich weiß grad nicht, was dieses Energy Shot bringt Okay, tot Das ist doch echt Ein Witz Oder Okay Ich muss mein Inventar nachladen Äh Auffüllen Nachladen So So Ich nehme einmal die Ringerlösung mit Konnt ja keiner wissen, dass das so heftig wird Das grüne Gas kommt nur an den Seiten Das weiße von vorne Ja, das hab ich auch gesehen Da hast du recht Ähm Wir packen die mal gerade raus Und tauschen die mal gegen ein MP Wasser Die tauschen wir gegen MP Wasser Und dann nehmen wir noch eine Ringerlösung mit Und dann ist das Inventar schon voll Das ist doch kacke Oh man Ja Gut Kann ich ihn irgendwie anders Weitig Warte mal Kann ich dir irgendwie anders Au Dieses Vieh, ey Kann ich irgendwas Warte mal Warte mal kurz ab Inferno Boah Das hat was gebracht Inferno ist gut Aber ich bin gleich tot Oh Was hat das jetzt gemacht Mit so wieder keinen Strom mehr Frau Komm ich schieße dir auf die Eier Weiß ja nicht mal welche Hey Das ist so übel Nein Warte Ich hab doch noch eine Ringerlösung Oder Hier Probier noch mal dieses Inferno Ist auf jeden Fall gut Ihhh Er verliert seinen Schädel Der ist schon ziemlich ekelhaft Der Typ Äh Er ist glaube ich nicht so gesund Hilfe Kann ich bestimmt hinten diese Tentaklons wegmachen Oder Kann nur auf seine Naja Genitalien oder so schießen Okay Das ist ungesund Lauf doch Ich hab immerhin schon mal den Schädel abgeballert Das ist schon mal ein Fortschritt Zu vorher Jetzt muss ich nur das ganze Inventar nochmal machen Aha Muss ich mir vielleicht auch vorher nochmal Äh Alles Sozusagen Lang speichern So Und noch Platzio 1 haben wir noch Ich glaube aber mehr kann ich auch nicht Mehr hab ich doch gar nicht Nö Mehr hab ich auch nicht dabei Shit Also ich glaube ich bin nicht sehr gut ausgerüstet für diesen Kampf Glaub's einfach nicht Weil ich hab ja jetzt schon nicht mehr volle HP So Jetzt hab ich volle HP Ich werde nochmal speichern Ob ich da durchkomme Pfff Ich hab keine Ahnung Ich glaub's nicht Ich glaub's echt nicht Nicht ohne unlautere Mittel wahrscheinlich So Kann ich jetzt gleich Inferno Ach nee Ich kann kein Inferno Weil ich Kein Saft Ja Inferno Der Knarre geht das aber auch ewig lang Oh Gott Das Schlimme ist Ich brauch ja dann eigentlich auch noch für den nächsten Kampf was Pff Das kann ich wie ich das machen soll Kann ich nochmal Inferno? Nee kann ich nicht Gut Kopf ist schon mal ab Das kann ja heiter werden Aua Ich bin blind Einfach laufen, laufen, laufen Ja super Nix lustig Na schießen Oh ja Gut Ich hab ihn schon mal getroffen Jetzt müsste die Blindheit mal weggehen Das dauert aber einen Moment Au Toll So kann er mich auch kalt machen Gut Gut er sieht schon mal nix mehr Da sind wir schon mal zu zweit So okay Jetzt durfte er kein Gift mehr Ja 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 Sehr gut Sehr gut Sehr gut Jetzt macht er seinen Pelz wieder auf Jetzt wird er wieder zum Pelztiger Ja 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 Okay Oh scheiße Wahrscheinlich muss ich in dem Moment Echt nach hinten laufen Und muss ihm die Tentakels da wegballern Oder? Guck mal Pff Greif nicht immer Ey hör doch mal auf Oho Muss mich heilen Nein Mieser Drecksack Entschuldigung Scheiße Boah da ist echt übel Macht das nicht einfach Macht das nicht mehr Sinn Eine andere Munition zu nehmen Die Airburst jetzt drin Den hab ich auch nicht mehr sehr viele Oh Oh shit Das wird interessant Das wird äußerst interessant Ich glaub wir schaffen das Spiel nicht Nicht so Auf keinen Fall Weil ich kann glaube ich nicht nochmal zurück Und mein Zeug holen Ich glaube nicht dran Ich kann mich nie mal gegen wehren So Okay So Kopf ist ab. Ich glaube, gegen diese Welle kann ich mich nicht wehren. Aber ich kann mich mal heilen. Wie wäre es? Oh, nö. Jetzt trifft er mich auch noch. Wenn ich mich gerade geheilt habe. Okay, na gut. Ich hätte mal schon mal nachladen können. Oh, vor dem Ding kann ich mich doch, glaube ich, nicht wirklich wehren. Oh, Mann. Hä, aber... Okay. Ich habe wieder volle MP. War nicht schlecht. Oh, nein. Warte, 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 warte. Die haben mich gerade wieder aufgeladen. Interessant. Warum er das getan hat. Kann ich das skippen? Nein, kann ich nicht. Laufen, Frau, lauf. So, jetzt möchte ich wieder diese Dinge abbauen, ne? Wieso trifft sie denn da nicht? Jetzt wird er keinen Strom mehr. Hm, ist wieder zu weit weg. Oh, komm schon. Hör doch auf! Mann! Komm mal! Jetzt ist gut. Okay, eins haben wir... Haben wir ihm schon ein Tentakel jetzt weggemacht? Ne. Okay, 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 okay. Antibody. Probier mal Antibody. Oh, oh. Ne, 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 ne. Das kannst du dir mal... Meine Güte, ey. Warum ist dieses Spiel so gemein zu mir? Ich mach irgendwas falsch. Glaube ich zumindest. Ich weiß noch nicht was. Ich bin ein blödes Spiel. Ja, ein bisschen, ne? Ja, gut. Bleib mal dabei. Anderes können wir ja jetzt nicht machen. Naja, wir kriegen das schon noch hin. Irgendwie. Vielleicht muss ich einfach nochmal zwischenspeichern. Wenn ich, äh... Seinen Kopf halbwegs unbeschadet abgerissen habe. Oh, jetzt geh ich noch hier oben. So. Ich glaube, jetzt habe ich aber seinen Kopf gleich. Oh! Scheiße, ich habe mich doch erwischt. Ich habe mich da ziemlich weit runter geballert. Okay, ich nehme mal eine Ringerlösung. So, und jetzt mache ich nochmal Infernung. Ich wollte Infernung machen, du Penner. So, okay. Warte. Jetzt habe ich seinen Kopf abgeballert. Ich habe nicht so viel verloren gerade. Aber ich mache nochmal einen Zwischenspeicherstand. So, einfach mal so, um zu gucken. Ach, ich hätte es auf den anderen machen sollen. Ich habe ihn. Naja, egal. Nein, 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 nein Oh Gott. Ja, super. Ich habe nicht gesehen, dass er ausholt. Kann ich noch Metabolismus machen? Ja. So, okay. Sollen wir den Scheiß schon mal los? Ah, wenn er die Druckwelle macht, muss ich nach unten gehen. Gut zu wissen. Wenn er die nämlich macht, dann kriege ich nichts ab und... So, okay. Arm kaputt. Wie es aussieht. Ja. So, wenn er das macht und ich das abkriege, kriege ich da MP? Nein, da sterbe ich einfach. Ich dachte, da kriege ich die MP wieder bei. Was für ein Move war denn das dann? Na gut. Ach, scheiße. Okay. Na gut. Macht nichts. Runter! Ach Gott, so schnell kann ich nicht runter. Ja, okay. Das waren nur die zwei Schuss. Ich lade er sich wieder auf. Und ich muss gehen. Ganz schnell weg. So. Okay. Einmal den Metabolismus machen. Und dann nehme ich nochmal eine... Nee, keine Ringanlösung, aber ein MP-Wasser. Oh oh. Ich nicht immer so lange nachplanen müsste. Ich komme da nicht weg. Hätte vielleicht weiter nach oben laufen sollen, ne? Na gut. Oh, immer dieses Nachgestopfe. So. Okay, dieses Mal hat einen Schuss geholfen. Aber dass wir jedes Mal diese blöde Animation noch sehen müssen. Schon ein bisschen doof. Uuuh. So, warte. Jetzt speichere ich an der Stelle nochmal. Weil ich habe ja jetzt nichts verloren. Gar nichts. Halt. Ich nehme noch eine... MP-Wasser. Okay. Infernung. Warte! So. Okay. Hm. Ich werde gerade an-tentakelt. Oh, scheiße. Nein, jetzt bin ich tot. Nein, doch nicht. Hä? Also, ich habe ihm, glaube ich, gerade die Arme weggeballert. Oh oh. Warte, 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 warte. Ringanlösung. Boah, ey, du mieser Drecksack. 10 HP. Glaub's nicht, ey. Boah, das darf doch nicht wahr sein. Warte. Warte. Kann ich nochmal Metabolismus machen? Ja. Oh nein. Oh. Mist. Awww